In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an ein Google Pixel 8 oder 8 Pro und theoretisch auch jedes andere Google Pixel Smartphone routen könnt und wie ihr den Bootloader entsperrt. Zunächst einmal müsst ihr dafür etwas auf dem Handy vorbereiten. Ihr geht also erstmal in eure Einstellungs-App. Da geht ihr ganz nach unten und geht auf über das Telefon und dann nochmal weiter nach unten zu dem Eintrag Bildnumber. Dort tippt ihr dann siebenmal schnell auf das Feld und danach müsst ihr mit eurem PIN-Code die Eingabe bestätigen. Dann geht ihr erstmal zurück, geht auf über das Telefon, geht auf System und wählt dann unten im System Entwickleroption. Bei den Entwickleroptionen müsst ihr erstmal OEM Entsperrung aktivieren. Ich habe das jetzt schon gemacht, deswegen ist der Schalter bei mir umgelegt bereits. Ihr müsst das allerdings erst machen und danach aktiviert ihr hier noch USB Debugging. Bestätigt dann mit OK. So, jetzt können wir das Handy erstmal beiseite legen. Jetzt geht es am Computer weiter. Dazu installiert ihr euch erstmal das Programm Minimal ADB und Fastboot. Alle Links dafür findet ihr auf chinahandys.net, wo die Anleitung auch nochmal schriftlich zu finden ist. Nachdem ihr das Programm installiert habt, startet ihr dieses Fenster hier über die Desktop Verknüpfung und dann schließt ihr euer Smartphone an den PC an. Dann gebt ihr in das schwarze Fenster ein, ADB Reboot Bootloader. Nachdem ihr das eingegeben habt, werdet ihr auf eurem Smartphone eine Eingabe sehen, ob man von diesem Computer die Verbindung zulassen möchte. Da werdet ihr von diesem Computer immer zulassen und klickt dann auf Erlauben. Das hat jetzt anscheinend zu lange gedauert, deswegen wiederholen wir den Befehl einfach nochmal. Und ihr seht jetzt, dass das Smartphone neu startet. Das startet jetzt in den sogenannten Bootloader, wo ihr dann den Anlock durchführen könnt. Wenn ihr dann soweit seid, dann sollte auf eurem Smartphone alles schwarz sein und unten steht so ein bisschen Text. Oben ist ein Pfeil mit Start. Das könnt ihr dann einfach so lassen und dann gebt ihr hier in dieses Fenster Fast Boot Flashing Unlock ein. Jetzt habt ihr oben, wo vorher bei dem Pfeil Start gestanden hat, steht jetzt Do Not Unlock the Bootloader und ihr könnt jetzt hier Unlock the Bootloader wählen, indem ihr einmal mit den Volume Buttons nach unten tippt. Ganz wichtig, wenn ihr das jetzt bestätigt, wird euer Smartphone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das heißt, alle Daten werden gelöscht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr vorher eine Datensicherung gemacht habt. Ich bestätige das jetzt hier und klicke auf Unlock the Bootloader. Das hat jetzt auch schon geklappt. Dann steht unten bei Device State auf dem Smartphone Unlocked und danach klickt ihr einfach auf Start. Danach startet das Smartphone neu. Ihr müsst bei dieser Warnanzeige einfach kurz abwarten. Die geht immer weg und dann müsst ihr die Einrichtung eures Smartphones komplett neu durchführen. Danach habt ihr ein komplett jungfräuliches Smartphone. Das ist wieder komplett zurückgesetzt. Und für den weiteren Prozess müssen wir jetzt noch einmal USB Debugging freischalten. Wir gehen also nochmal nach unten auf über das Telefon. Dann zu Bild Number tippen dort siebenmal schnell drauf. Geben dann unseren Entsperrcode ein. Gehen einmal zurück auf System. Ganz unten zur Entwickleroption. Und wählen dann dort nochmal USB Debugging. Dann bestätigen wir ab. Mit OK. Und wählen dann auch gleich, falls diese Anfrage jetzt erscheint, erlauben. Es kann aber auch sein, dass sie bei euch später erscheint. Und klicken dann nochmal auf Erlauben. Das Fenster hier können wir ansonsten dann auch schließen. Und jetzt brauchen wir das Tool, das sich Pixel Flasher nennt. Mit dem Pixel Flasher könnt ihr dann nämlich Magisk, beziehungsweise Root-Zugriff installieren. Die Software bekommt ihr am besten direkt bei GitHub. Geht ihr hier auf Release. Und wählt hier einfach Exa aus für Windows. Und dann ist der Download auch schon abgeschlossen. Ich finde den jetzt hier in meinem Download Ordner. Und ich starte das Programm erstmal. Dann kommt normalerweise hier so eine Sicherheitswarnung. Da klicken wir auf weitere Informationen und dann trotzdem ausführen. Damit der Pixel Flasher ordnungsgemäß funktioniert, brauchen wir ein paar Zusatzsoftwares. Dazu klicken wir erstmal hier auf diesen Pfeil. Und dann müssen wir uns die Android-Plattform-Tools herunterladen. Können wir einfach hier für Windows wählen. Gehen nach unten. Bestätigen. Und dann klicken wir auf Download. Die landen dann jetzt hier in unserem Download Ordner. Die können wir dann erstmal entpacken. Ich entpacke die jetzt mit WinRAR. Ihr könnt es natürlich auch mit dem integrierten Windows-Tool machen. So. Jetzt gehen wir zurück zum Pixel Flasher. Und jetzt müssen wir dem noch sagen, wo sich dieser Ordner befindet. Dazu wählen wir hier Browse. Und wählen den Ordner. Und in diesem Ordner ist der gewünschte Ordner drin. Klicken hier auswählen. So. Jetzt können wir hier auch auf Scan klicken. Und der sollte dann jetzt eigentlich gleich unser Smartphone finden. Hat er hier jetzt auch direkt gefunden. Wenn das bei euch nicht direkt gefunden wird, dann schaut ihr mal auf dem Handy, ob da diese Anfrage kommt, ob man USB-Debugging von dem Handy zulassen möchte. Danach brauchen wir das Image von der Software auf dem Google Smartphone. Dazu klicken wir auf Phone Image. Und jetzt müssen wir uns das richtige Image runterladen für das Smartphone. Welches das ist, können wir einfach in den Einstellungen nachschauen. Dazu öffnen wir auf dem Google Pixel Smartphone die Einstellungen, gehen zurück über das Telefon und schauen uns den letzten Eintrag Bildnummer ein. Und da seht ihr unten drunter dann eine bestimmte Nummer. In meinem Fall entspricht diese Nummer dieser hier. Und dann klicke ich hier auf den Link und dann geht ein Download los. Es kann sein, dass ihr, um auf diese Seite zu kommen, dann nochmal die Cookies akzeptieren müsst. In dem Fall müsst ihr da Acknowledge wählen und dann kommt ihr zu dem Download. So, der Download ist jetzt abgeschlossen. Deswegen können wir jetzt hier auf Phone Image gehen und können auf Browse klicken. Gehen in den Download Ordner und dann sehen wir hier die Datei, wie ihr euch eben runtergeladen habt. So, ich hatte diesen Prozess jetzt eben schon mal durchgeführt. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal machen, theoretisch. Aber ihr bekommt hier in der Regel nur einen Eintrag und zwar ohne so ein Pflaster-Symbol. Das heißt, dass der Magisk, also der Root-Zugriff, noch nicht auf das Image gepatcht worden ist. Ihr klickt dann bei euch einfach hier den normalen Eintrag an und wählt dann Patch. Und dann wählt ihr hier die Stable Version von Magisk aus und wählt dann Install. So, jetzt solltet auch ihr dann hier einen Eintrag mit so einem Pflaster nebendran und der entsprechenden Magisk-Version zum Auswählen haben. Wenn das der Fall ist, klickt ihr den einfach an und wählt dann Flash Boot. Das bestätigt ihr mit OK. Das Smartphone startet dann neu. Und er hat das Flashen jetzt hier erledigt, wie man das auch hier dran erkennen kann an dieser Eingabe. Jetzt müsst ihr nochmal kurz warten. Das ist beim Booten dann immer normal, dieser Sicherheitshinweis, der dann erscheint. Das Smartphone ist dann neu gestartet. Und wenn das Handy neu gestartet ist, könnt ihr einfach mal nach oben wischen. Und dann seht ihr in der App-Übersicht auch schon eine App, die nennt sich Magisk. Die könnt ihr öffnen. Wenn ihr diese App öffnet, dann solltet ihr bei dem Eintrag unter Magisk installiert sehen mit der aktuellen Versionsnummer. Und damit ist der Prozess dann auch abgeschlossen.